so und bjani hat angefangen so sei es stöller bleibt dann unser bauarbeiter und gabelbart wird unser lebenssammler fürs erste der kann da gleich mal ein holzwerkzeug lager holzwerkzeug schreiner bauen jetzt schreiterei leben arbeiter zählt ist fertig gut ja bjr hatte farme aufbunden das heißt wir können müde errichten ja 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 erst mal macht er den werkzeug schreiner dann macht er mir wir haben unser erstes leder hier oben ja ja Ja, ja, ja. ja so eine runde aufs ohr hauen dann kannst du zurück ins lager und wir haben den jäger erfunden sehr schön wo ist eigentlich unsere letzte frau jetzt abgeblieben und wir haben den fischer er ruft 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 Ja, okay. Ja, okay. Ja. 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 Ja, okay. so es sind alle frauen und männer unter dach und fach so 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 Ja, schön, dass du hungrig bist. Wo gehst du hin? Nahrung besorgen? Geht's um Fischernahmung besorgen. Und hier fangen wir mal an. 40 Nahrung, 20 Holz, Leder, Lehmklumpen, Nahrung haben wir, Stein und Weizen. So. 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 So.